Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf CYB-01 und heute spielen wir erneut Minecraft Devrun Teil 3 also Noob spielt Minecraft Devrun Teil 3 da man ja mittlerweile schon weiß, dass ich ein richtiger Noob bin deswegen gehen wir jetzt mal grad zu Servern ja egal, wir sehen uns gleich, wenn ich in Devrun-Trainer bin ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem heutigen Video so, Spielbeginn in 13 Sekunden ich werde noch kurz hierfür, ja gut also, ähm ich glaube ich bin besser geworden in der ersten Folge deswegen gehen wir einfach mal rein ok, ich bin Läufer also 3, 2, 1 äh, wow so, schnell nicht töten gut boah, ich kann so viel äh ich sehe nichts hier sind grad schon wieder so viele ey wir können hier ganz schnell rüber, weil man es schafft und ich hab's geschafft gut komm, jetzt nicht irgendwie ja äh ja, gut das Gute ist, wenn man so ein bisschen weiter hinter ist äh, hinten ist dann wird man nicht sofort runtergeworfen weil ey ich hab mir grad vollgesicht wieder blockiert so so noch noch kann man ins Ziel kommen weil noch kein andere Ziel ist äh ja oh mein Gott, bin ich schlecht ich bin 원 ich bin nicht Schnell. So, okay, weiter. Ja, uh, wir haben es geschafft, als achterer Platz. So, okay. Dann. Kann man jetzt eigentlich zugucken? Gucken wir hier zu? Ah, gucken wir mal dem zu. Ja. Komm, das schaffst du noch. Oh nein, da ist jemand. Oh, ist jetzt? Okay. Ja, kann auch geschafft. Oh, der Arme dahinten. Egal, ja. Wir sind leider hier nicht. Ja, alle Skinnen habe ich auch. Okay. Bis gleich. Okay. Neues Spiel startet. Und, ja, nehme ich hier zu. Und was gewinnt? So, mit drei Stimmen. Okay, gut. Oh, oh, oh. Hilfe. Ah, jetzt. Okay. Ein Giraffe. Wow. So habe ich... Ich weiß nicht, ob ich zu viel vorgespielt habe. Müssen hier auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Ähm. Ich bin ja hier rüber. So. Wenn wir es heute zweimal ins Ziel schaffen, dann haben wir es schon geschafft. Dann haben wir Glück. Auch machen wir es nicht so wie der. Gerade eben. So gerade so. So. Oh, gut. Ich kann einfach nicht ins Wasser fliegen. Oh mein Gott, ey. Wo geht's? Wie kommt man denn da überhaupt lang? Dann fahr ich mich bis heute immer noch. Oh nee, noch zwei, zwei, okay, gut, einfach gerade durchrennen, oh, oh nee, wir schaffen es nicht mehr, nee, ey, es leckt ja auch ab und zu einfach mal, oh, ey, es hat geleckt, es hat gelebt, mein Gott, ey, ich hasse es, ich hasse es, ich habe keinen Bock mehr, ey, oh mein Gott, nein, wir haben in der letzten Runde verkackt, äh, was passiert auch noch, und nee, so, ich hoffe, euch hat das neue Video gefallen, ich weiß, ich weiß, ich war jetzt wieder für einen Monat inaktiv, ja, aber, ey, für einen Monat, für drei Wochen oder so, ja, ich versuche jetzt heutiger wieder Videos zu bringen, weil ich, irgendwo möchte ich auch mal die 100 Abonnenten knacken, hast du den, Hashtag Pro2, 100 Abonnenten, no, Hashtag CyberArmy, checkt gerne noch meinen Musikkanal ab, mein Instagram, äh, alles in der Beschreibung verlinkt, ja, äh, checkt gerne mein letztes Video ab, Videobeschreibung, Endcard, ja, tschüss, bis zum nächsten Video. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.